Moin Leute, ihr habt euch schon immer gefragt, wie ihr eigentlich die Tageszeit in Dragon's Dogma 2 rausbekommt. Ich habe hier für euch einen ganz einfachen Trick. Und zwar, wenn ihr das Menü öffnet, seht ihr oben in der Mitte von eurer Grafik immer einen Tag-Nacht-Zyklus. Dieser ganze Kreis spiegelt den Tag-Nacht-Zyklus auf. Oben in der Mitte ist immer die aktuelle Zeit. Ihr seht gerade, es ist bei mir jetzt Abend. Wir können das Ganze jetzt auch ein bisschen testen, indem wir einfach mal einnicken und gucken, wie sich die Zeit verändert hat. Jetzt sind lauter Sterne zu sehen und das heißt, wir haben es mitten in der Nacht. An sich lässt sich sagen, rechts ist der Sonnenaufgang bei diesen Bergen und links ist der Sonnenuntergang. Wir können das Spielchen jetzt so ein bisschen weiter drehen. Jetzt seht ihr, dass die Sterne so ein bisschen nach links gewandert sind und es oben schon ein bisschen dunkler wird ohne irgendwas. Das heißt, wir sind am frühen Morgen. Also, wenn ihr das nächste Mal auf eure Tageszeit achten müsst, klickt einfach ins Menü und achtet auf den Marker. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Für mehr Content rund um Dragon's Dogma 2 lasst gerne ein Abo da.